Was ist jetzt? Oh lol. Wir retteten Leas Mutter, die Hexe Adria. Deine Mutter! Sie enthüllte uns die Existenz des schwarzen Seelensteins. Ein Artefakt, das das Böse für immer vernichten könnte. Mir, unter allen Sterblichen, wurde aufgetragen, ihn zu beschaffen. Das habe ich nicht gehört, weil meine Tonsequenz anders ist, ich habe einen anderen Sprecher. Ach so, ja, meiner hat aber gerade gemeint, dass wir schwanzdeutsche den ist. Passt ja zu dir. Oh, ich möchte nicht mehr hier in der schwulen Wüste rumgammeln. Ist nicht mehr so Arschlangen. Naja, ich glaube, wir sind gleich hier durch. Wir müssen noch in drei Ruinen oder so für den komischen Football zusammenzusetzen. Und danach können wir Ebelia klatschen gehen. Und dann sind wir hier weg. Gut. Ich muss nur ganz kurz ein bisschen verticken, damit ich hier ein bisschen Zeug wieder frei habe. Ich laufe schon mal vorne. Die ist mir wenigstens mit Ankündigung. Macht das ja besser, ne? Ja. Du Eierkopf. Servo Roos. Oh, geil, den. Die ist ein Händler. Das war mir ganz in der Shisha-Bar. Oh. Letztes Mal hatten wir Apfelminze, ne? Nur dass es weiß. Leute, hier ist ein Händler. Die ist ein Händler. Wir müssen uns nicht mehr reden. Willi als Wächter beobachtet nicht ständig. Was hast du feiert? Kaiser Hakan? Was tut ihr hier? Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Ihr seid sicher auf dem Weg in New York. Weiß, welche Stimme das ist von dem Kaiser? Naja. Wie der von Hey Arnold. Der Arnold. Weiß. Weil ich das so geil finde, dann ist in meinen Augen Kaiser Hakan mit der Zweite vom dritten Döner-Spiel. Nur das weiß. So rassistisch. Ich weiß es mir scheißegal. Denk mich mal, ja. Oh, guck mal hier wie süß. Sklette. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Nimm mal auf den gelben. Tod. So, was haben wir hier Schönes gefunden? Moment. Jo. Ich hätte noch hier Amschienen mit 7 Geschicklichkeit. Mit 7 Geschicklichkeits. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Meine sind gerade ein Packen besser. Mit der Welt aber. Ja. ich mag die chakra dinge hier irgendwie die die das blättern einfach alles was in deren wege ist wie sie gehört ja die hatte ich letztes mal gespielt haben auch ganze zeit benutzt ja die sind ganz cool ich brauche mehr zeit die neuen ohr handarmbrust ich habe eine gelbe armbrust einhändig oh yes schon heute kann die ist nicht so gut vom der mensch aber die hat ein paar ganz nice stats angriffsgeschwindigkeit zwei prozent hat noch disziplin mehr nur wegen für dämonenjäger hat ihren sockel mit 6 bis 20 27 6 27 die hole ich mir rein für meinen für 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 meinen giftschaden abzudecken korrekt in sachen die ich benutze es auch mal hier meine ganzen anderen fähigkeiten die sind echt geil noch ja ich auch die ganze zeit immer so ein bisschen ich werde auch mal wenn ich mal anständige runen für andere fähigkeiten kriegt werde auch wie wieder mit anderen fähigkeiten spielen damit ich es mal zeigen kann dass er sicher weil es gibt ja immer noch leute die da ich nicht gespielt haben was für mich eigentlich und 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 greifisch ist weil leute die das interessiert oder die kein geld haben ja aber es ist doch leise kurz sie hilft den anderen geringen übeln viele jahre mehr zeit verlor aber schließlich das vertrauen in sie vor 20 jahren beschloss sie diablo bei seinem wiederaufstieg zur seite zu stehen und ergriff besitz von der zitadelle des verborgenen auges sie wurde schließlich von tapferen helden getötet weißt du was die zitadelle des verlorenen auges ist das haus von claude baby ich glaube dass sie sich verschworen hat dabei zu helfen mephisto und bar zu befreien auch wenn sie in der vergangenheit beide die geringen übel unterstützt hatten der herr der schmerzen war als gefängnis das grab von tal rascher als er von helden getötet ihr glaubt ihr ihr könnt ihr könnt ihr diesen mann retten ihr habt euer eigenes schicksal besiegelt ja warst du ich warte immer krass gemetzelt hat er gesehen wie viele der feind hat alkanus und die meisten der kultisten vernichtet der meister befiehlt uns sofort weitere sklaven zu fangen geht in die oase und entführt die dorfbewohner tötet alle die sich wehren so gewinnen wir gleichzeitig verbündete und vernichten feinde wir haben hier noch neue färbemittel noch gerber leder verarbeitet wenn dieses natürlichen bräunungs färbung zu veredeln ja entweder braun und der winter haben wir früher kennen oder andere auch hat jetzt alles als wunder entfärber ist entfärber ok aber der hat seltene abschienen dabei gehabt zum kauf da ich für gepeilt die waren voll scheiße so eine oase noch so schönes film das ist schön vertickt und wieder geübt ja wo ist ja wo ist doch der einhand schwer hat ein thema weiter sagt ich brauche mehr zeit wo fliegende ratten schon wieder aber aber die diesmal fliegende krähen art ihrer mit denen habe ich mich schon geschlagen die kommen die pflanzen da gehen wir auf die eier punkt der eisen in reihen diese gehen freeze die ein und wird so um die diese polar dinge hat die hauen noch ganz schön rein brauchen ein bisschen zuerst und ihren aber die hauen trotzdem ultimativ rein die miss dinge ja ich fand ja auch mal geil hier gut ist auch nix extrem durch die reporter die auch nix konnte absolut nix schlangen zu treten auf dem kreis das noch mal da müssen wir auch ein wo wir sind schule ruine dagebuch eines jägers bei 1 wir sind uns einig der abtrünnige muss aufgehalten werden er will die macht der steine duplizieren und sie sich zu nutzen er ist besessen von der macht des händels und der helder ihre aufmerksamkeit auf uns zu ziehen wird uns alle nur ins verdachten stützen ja 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 das ist gut das wohl war genau 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 kann man das nicht direkt irgendwie auf höher spielen schwierigkeitsgrad ich glaub nicht sicher bin ich mir da aber nur nicht und hier sind wir die ultimativen ruinen wo wir jetzt irgendwer verlaufen werden die ultimativen pro gamer ja ich mach mal hubi maps an google maps mit hubi addon hier rum ich habe die macht von crayskull ich habe der crew geschafft ich brauche mehr zeit die monster müsste ich ein bisschen stärker sein ich finde die sind zu schwach für für zwei mann auf jeden fall für eine alleine und so gut wo ein 30 kils ich habe kurz neun neun fähigkeiten warum ist ja ich immer vor mir level ab hast du wie so ein level abding oder so ich habe irgendwo mehr mehr ep bekomme ich für irgendwas ich weiß nicht mehr genau was bei kritischen treffern der bullshit auslese schaden früher näher alle sieben näher das ist normal ist hier scheiße vorbereitung kräftigung nutzt den nutzten näh 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 doch wieder ich probiere mal den gefährten aus weil dann kann ich noch ein bisschen mal zeigen bla bla wie gehabt naja und dann habe ich aber diesen 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 geilen salto unter mir ich lauchte doch falsch ja jetzt weil hubi maps den weg gefunden naja halt immer mehr zeit dass ich mir mal rein weil ich diesen komischen gefährten machen kann da kann ich nämlich eine kräfte herr bei rufen ist scheiße ja doch nicht bereit ich habe gerade nach voll kubolzen geworden ich habe auf jeden fall zwei erfolge frei gestaltet als die spinne und so ist genauso scheiße das eine spinne kriegst du glaube ich die kräber das noch das schon überlegen und noch ein ledermaus gefährte eva gefährte fretschen gefährte wolf gefährte ja steht hier so eine spinne irgendwann ja spinnengefährte ist auch dabei was so ich bin der eber wolf fretschen fretschen spittetisch so cool wie bei der einen serie da ja 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 ich schufe 20 und wenn wir jetzt gar nicht so weit hinten von mir ne ich bin auch gerade ist die in schufe 20 geworden warte